Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Sie kommen und gehen. Aber den Apfelkuchen werden wir alleine essen. Hallo. Bis zum nächsten Mal. And to the love that you gave me will and can be twice. Mimim, Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten!